Wenn das Wetter plötzlich fällt und der Regen wird zu Schnee. Nur der Härte sich dann quält. Kommt auch ihm dann die Idee. Was schenke ich denn meinen Liebsten? Nicht das gleiche wie letztes Jahr. Welcher Wunsch sitzt wohl am tiefsten? Jetzt langsam wird es ihm ganz klar. Am besten wäre eine Kette. Die wäre ganz neu und funkelt. Das Schloss käme. Jede Wette. Gut an, so wie man munkelt. Bloß wo kaufe ich die Geschenke? Ohne viel zu viel zu zahlen. Ihr wisst, an wen ich denke. Wir haben alles in den Regalen. Er bestellt. Es wird verschickt. Mit der Post kommt es ganz schnell. Heiligabends war dann der Blick. In die Garage, nicht ganz hell. Zu einem Fahrrad sehr schön dreckig. Das liebste Stück, es ist sehr fleckig. Es bekommt Kette, Schloss, viel Liebe, wunderbar. Wir wünschen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Wir wünschen, was wir jetzt hier? Wir wünschen, was wir jetzt? Wir wünschen, was wir das? Wir wünschen, was wir jetzt?